Was geht ab, meine Z-Fighter? Ose dir hier. Und heute werden wir im Double Raid Banner Summon. In diesem Banner ist LR Mighty Mest drin. Wir werden einfach mal unser Glück versuchen, würde ich sagen. In dem Banner sind auch alle anderen LR-Charaktere drin, aber an der Stelle würde ich eigentlich jedem davon abraten, hier zu Summon. Denn es gibt weitaus bessere Banner. In diesem Banner sind nur, beziehungsweise alle SSR drin, außer Dukan-exklusive SSR. Da ist der Banner von Vegito viel, viel besser, denn das ist ein Dukan-Festival-Banner und hier sind auch Dukan-exklusive Charaktere. Dukan-exklusive Charaktere an der Stelle sind quasi die besseren Karten, die guten Karten der Meta, um es auf den Punkt zu bringen, die Charaktere, die Leader sind und Dukan-Demeter haben, die Hauptcharaktere. Hier seht ihr das, da steht Dukan-exklusiv dran und das sind quasi die besten der besten Karten. Und diese sind in so einem Banner beispielsweise nicht drin, sie sind nur in Dukan-Festival-Banner drin. Deswegen würde ich eigentlich von hier abraten, denn da sind halt, wie gesagt, wirklich alle SSR drin, auch die LR zwar, aber aus den meisten Charakteren, die hier drin sind, braucht man eigentlich... Braucht man nicht, will ich nicht sagen, es sind mehr oder weniger Teammitglieder statt Leader. Sagen wir es einfach mal so. Und die Dukan-Festival-Charaktere, beziehungsweise Banner, sind an der Stelle besser. Wir sehen schon, es sind sehr viele gefeatured, aber die Sache bei so einem Banner ist halt, es ist ein Double-Rate. Was heißt Double-Rate? Heißt, die Rate für SSR, die Droppen sind höher und speziell in so einem Double-Rate-Banner im Rising-Dragon-Carnival-Banner sind nur SSR-Charaktere. SSR und höher. Deswegen würde ich einfach mal ein Glück versuchen, zumal auch LR-Mighty-Mass in dem Banner ist aktuell, beziehungsweise mit diesem Banner released wurde. Nicht gefeatured aber. Wir werden ein paar Singles haben raus, und ich weiß nicht wie viele, wir fangen einfach mal direkt an, würde ich sagen. Warum mache ich das Ganze trotzdem? Wie gesagt, damit ihr auf jeden Fall mal seht, wie das Ganze funktioniert mit dem Double-Rate-Banner. Und ich bin gespannt, ich will endlich mal wieder ein paar SSR pullen, ja. Auch wenn es an der Stelle bessere SSR gibt, beispielsweise der Banner für Vegito wäre auch für mich eigentlich besser, in dem Sinne her, logischer. Ja, wartet mal, wird das schon... Ja, seht ihr, Ballgeist, das ist ein Double-Rate-Banner, das ist ein Double-Rate-Banner, das soll ich sagen. Erster SS ist der erste Single-Summon, okay. Eigentlich wäre der Dukkan-Fessel-Banner von Vegito für mich besser an der Stelle, weil ich ihn selbst noch nicht gezogen habe. Oder dreifache Gotenks mir fehlt. Aber ich dachte mir, komm, wir versuchen unser Glück. Elemente Mess ist in dem Banner, es ist ein Double-Rate-Banner, wir sehen schon, die SSR-Rate ist höher, wie schon des Öfteren gesagt. Und ich wollte einfach mal wieder SSR ziehen. Ja, auch wenn es quasi manche sind, die man nicht so häufig braucht, die ich auch nicht gebrochen werde, wenn ich ehrlich bin. Ich sage straight forward, ich höre viele der Charaktere, die wir ziehen, wahrscheinlich vorerst nicht benutzen. Aber mein Gott, sei es drum, ja. So habt ihr das auch mal gesehen, auf jeden Fall, wie das Ganze läuft. Noch ein F-Bit-Screen? Bitte? Ja? Nein? Diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal war ich zu sehr gehypt. Diesmal war ich zu sehr gehypt. Denn wenn er sich in Super-Szenen 1 verwandelt, heißt es, es sind garantiert ein SR und hier sind wie gesagt nur SR-Charaktere und höher drin. Oder es ist eine Chance, dass es ein SR wird und dann bekommt man quasi ein Crack-Screen. Genau, Leute. Zwei Single-Summon haben wir schon. One-Size-Thing-Sum haben wir schon. Und ein SR. Das ist ein Double-Rate. Beziehungsweise, wenn wir über die Zahlen reden, wie funktioniert das Ganze denn genau? Es ist nämlich so, in normalen Bannern ist die Rate der Charaktere, die SSR-Drop-Rate für 10%. Diese 10% betrifft jeden SSR in diesem Banner. Das wird aber geteilt. Nämlich, wenn wir jetzt mal von einem normalen Banner ausgehen, wie der Banner von Vegito, Dokkan-Vessel-Banner, ist da die Drop-Rate für SSR-Charaktere 10%. Für alle SSR. Aber, das wird geteilt wie gesagt. 5%, also die Hälfte dafür, sind für die gefeatureten Charaktere, heißt die Anzahl der gefeatureten Charaktere. Wenn in dem Vegito-Banner jetzt beispielsweise 6 SSR-Charaktere gefeaturet sind, wird diese 10% für diese, sorry, für diese 6 Charaktere aufgeteilt. Die restlichen 5%, ich weiß, ob ich gerade 10 gesagt habe, die 5%, Leute, 5% werden für die gefeatureten Charaktere aufgeteilt, die Anzahl der gefeatureten Charaktere, und die anderen 5% für die nicht gefeatureten Charaktere. So setzen sich die Rates zusammen, ja. Ganze Banner an sich, Drop-Rate für alle SSR sind 10% üblicherweise, bei jedem Banner, und da werden dann eben, die Hälfte sind für die gefeatureten Charaktere, die andere Hälfte für die nicht gefeatureten Charaktere, für die Anzahl. Bei dem Double-Rate-Banner ist halt, der Prozentsatz ist hier nicht bei 10%, sondern 20%, also verdoppelt, Double-Rate, ja, da kommt das doppelte Rate quasi, um es auf einen Punkt zu bringen. Und, genau, so viel dazu. Es sei denn, ihr würdet hier auch noch vielleicht einen oder anderen Charakter gebrauchen, der fürs Battle hat, da gibt es schon ein paar Charaktere, die fürs Battle haben, beispielsweise der physisch Gotenks, der mir einfällt. Dann könnt ihr da vielleicht mal euer Glück versuchen, und ich kann euch ja verstehen, wenn das ein bisschen jemanden reizt, bei einem Double-Rate-Banner zu ziehen, weil die SR-Drop-Rate höher ist, aber ich würde da wirklich nur reingehen, wenn ihr ein paar von der großen Auswahl der Charaktere auch braucht. Noch ein SSR. GG, Vegeta, nehmen wir an, nehmen wir an. Aber zum Beispiel der Vegeta, ja, cool. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht gebrauchen, wir ihn trotzdem erwecken, keine Ahnung, die Pfade und so weiter und so fort öffnen, wenn ich mehrere von ihnen habe, habe ich an der Stelle auch. Aber das war es auch schon, ja. Mir geht es quasi erst mal, auch wenn es sich ein bisschen dämlich und verrückt anfühlt, ums Fehling hier einfach mal SR zu pullen, ja. Macht auf jeden Fall auch Fun. Andere Sache ist aber, wie gesagt, ihr deutet nicht vergessen, dass, ähm, nächstes Look an Festival-Banner eigentlich der von Angel, Gold, Freezer sein sollte. Kategorie-Banner, der ist weitaus besser als so ein Double-Rate-Banner zum Beispiel. Oder halt so das kommende Groß... Boah, diesen Tarts. Dieser Tarts gibt mir gerade Flashbacks an Margin-Vegeta-Summons. An die Margin-Vegeta-Summons. Ich habe da so viele von ihm gezogen. Ich habe ihn, ich hatte ihn davon nicht einmal, dann habe ich ihn instant hochbringen können nach dem Summon bei Margin-Vegeta auf SA10 und alle Dupes offen, glaube ich. Heißt, ich, den brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Anyways, ähm, so in, zwei, drei, vier, fünf Parts, okay. In der nächsten Zeit, so die größten, nächsten, besseren Banner wären die von Tech-Vegito-Blue und von Strength-Rose. Also da würde ich auf jeden Fall euch raten, eure Stones dafür zu sparen. Anyways, genug geredet, würde ich sagen, um die ganzen Raids, um was es eigentlich geht. Jetzt genießen wir mal die Summons, jetzt genießen wir mal die Summons. Wir haben drei SR schon gezogen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich viel Stones nicht verschwenden werde, weil wir jetzt Singsum raushauen, werde ich wahrscheinlich nicht so viele verschwenden. Anyways, ähm, ja, 10, 10, 19, 19 haben wir jetzt am Start. Ich glaube, wir haben bis jetzt, okay, wir haben 250 Stones. Wir haben ein bisschen weiter was raus. 3 SR haben wir schon, Leute, 3 SR haben wir schon und wir haben, glaube ich, noch nicht mal ein Mutti Summon. Doch, ein Mutti Summon haben wir schon, glaube ich, schon rausgehauen. 1, 2, 2 Pods. Wir haben mit 300 Stones angefangen, ja, glaube ich. Double Rates. 1, 2. Es ist auch so, ja, ihr dürft natürlich nicht erwarten, dass jeder, na, dass jeder nach jedem Singsum SR bekommt. Nein. Die Rates sind zwar verdoppelt, aber wir wissen trotzdem, wie das mit den SR funktioniert. Die droppen trotzdem gering. Ja. Aber, wir haben schon gesehen, wir haben schon drei SR gezogen in mehr oder weniger einem Plus, Minus einem Multisum. Das ist schon mal was Geiles. Und, zum Glück sind auch keine R-Charaktere. Heißt, wenn wir so ein Baseform sehen oder so, müssen wir nicht verzweifeln oder Herco to the right sehen, dass es so geil R-Charakter schon wieder, sondern an der Stelle könnte es auch was Geiles sein. Keine Pods, gar nichts. Runter mit dir. Baseform. Das muss eigentlich, das muss ein Crackstream sein. Oder, It's over! Crackstream, it's over. Ja! Wartet mal, wartet mal. Ich war gerade, das, das hat sich vielleicht ein bisschen so, ja, so, erzwungen angehört oder wie ein Fake, aber, am Anfang habe ich seine Silhouette nicht erkannt und als zweites, ich habe diesen Dude nicht. Das ist der erste physische Sea-Tank, den ich je gezogen habe, seitdem ich nur kann Battle spielen. Da wurde es wahrscheinlich der eine oder andere, aber perfekt, den habe ich nämlich gebraucht, er ist gefeatured in dem Banner. Sehr cool, denn ich brauche den, ich brauche den alle Male, für Super Battle Road zum Beispiel. Geil. Eins, zwei, drei Pots, drei Pots. Hat mich gefreut. Back-to-back Crackscreen. Fail, oh mein Gott, fail. Also, das passiert echt selten, dass in der Baseform, hier sind es auch nur Essay-Charaktere, aber das von der Baseform Essay-Charaktere kommt, passiert echt selten. Normalerweise, okay, wenn sie Baseform sind und kein Rainbow, ist eine Chance auf dem Crackstream, aber das Man-Indiz dafür, dass er Charakter ist. Wenn es Baseform ist mit Rainbow, ist es ganz sicher ein Crackstream, aber da hier nur Essay-Charaktere und höher sind, ist es bei einem Baseform, da habe ich jetzt echt mit einem Crackstream gerechnet. Da war ich zu vorherig, da war ich zu vorherig. Aber ihr seht, ihr seht, wie das Ganze läuft, auch wenn es ein Double-Rate-Banner ist. Aber bis jetzt, alles gut. Alles gut bis jetzt auf jeden Fall. Alles gut. An Lashley würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, irgendwo zu summonen bei irgendeinem Spiel eurer Wahl, egal welches, muss nicht do, kann sein, hauptsache ihr könnt irgendwas summonen, macht jetzt mit, macht mit beim Group Summonen, und ihr könnt das Ganze auch pausieren, wenn ihr noch ein bisschen braucht. Ich habe Herker zu der right, ich zähle von drei runter und dann lassen wir gemeinsam los und eure Puls könnt ihr mir, wenn ihr was Geiles gezogen habt. Wer weiß, vielleicht zieht ihr eine mit einem Group Summonen, LR, dann müsst ihr mir das auf jeden Fall zeigen, entweder auf Twitter, Discord oder Instagram. Seid ihr bereit? Drei, zwei, zwei, eins, go! Jetzt. Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, hier hat ein Rainbow auch. Okay, nice, egal. und BOW! Kein SSR, leider kein SSR bei einem Group Summonen, macht nichts, macht nichts. Tech Gohan, ist im Prinzip, ist auch geil, da sie ja SSR und Törer sind. Äh, bisschen Barbershoppen, geht auch, ganz cool. Aber das schon würde ich sagen, wir pullen auch so weiter, bis wir ein SSR ziehen. A few moments later. Oh Gott, es kommt kein SSR mehr. Wie kann es sein? Jetzt, mach mir mal eine Taktik, was im letzten Stream funktioniert hat. Ich habe einfach nur gemeckert und habe SSR gepullt. Es kann es doch nicht sein, dass ich mit dem Double Raid Banner keine SSR ziehe, von was weiß ich wie vielen Stones. 1, 2, 3, 4 Pots. Es geht ja mal gar nicht. Es geht ja mal gar nicht. Totaler Müll Banner, Crap Banner, braucht ihr gar nicht sammeln. Nein, Quatsch. Meine Meinung habt ihr schon gehört, aber ein SSR. Ein SSR, please, Game. Hör doch auf, bei einem Double Raid Banner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Video hat schon Überlänge. Es geht ja. Ein SSR, please. Wir haben gerade, wir haben es schon, bitte. Wir haben quasi schon ein Dead Multi mit keinem SSR. Bei einem Double Raid Banner. Und das ist quasi schon der zweite Dead Multi, der hier angeteasert wird. Nice. Wir beenden es mit Super Vegeta. An der Stelle, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.